Ich habe gerade einen Anruf gekriegt. Ein vierjähriges Mädchen ist bei einem Waldausflug verschwommen. Kindergärtner haben wir den Schuss gehört haben. Warum kommst du zurück? Bist du ein Mörder? Kaum ist er draußen, er gibt schon den zweiten Mord. Ein Mädchen muss schlafen. Klar ist er gleich nicht rausgekommen. Den hatte sich die Königin auch anders vorgestellt. Was glaubst du hat das zu bedeuten? Vielleicht seine KZ-Nummer. Du wirst die auf meinem Hof versauern. Eine dicke Kuh wie dich, die nimmt doch keiner. Mal schau auf, du! Wie eine Prinzessin sieht sie aus. Jetzt machst du Überstunden, trinkst Bier aus der Flasche mit deiner Lieblingskollegin. Papa! Musik 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 Musik